Prozent Prozent ein Prozent ja genau weich nicht aus mach keine Verteidigung sie einfach nur da wie ein dummer Baum ja jetzt hier da fickt ich verbrennen wenn ich dich geflammierten Saga-Penis 47. Kampf schon, ey, krieg die Macke ja, genau so wie ich das sehen verpiss dich, du Bastard, du bleibst schön nach hinten ja, genau ja, man du bist tot du stehst nicht mehr auf du gewinnen jetzt kommt der größte Hurensohn aller Hurensohn beißt, du bist tot, alter ich weh genauso umlegen wie alle anderen auch oder 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 ja, genau, so steckt mir davor das ist immer das gleiche sterben, sterben, sterben mit Dolcem weg mit dem fertig bin, ich stimme dem wie nie wieder ja, okay ja, okay, yoga flame ja, genau so steckt mir davor genau so steckt mir davor ja, genau immer auf die Fresse oder nicht auch nicht auch nicht ja, komm sie, ja, ja Doktor kriegt immer auf die Fresse ja, komm sie her, ja was ist dein Wichser, naja, was passt denn hier, man Ja, greif mich! Feuer! Weiter, wie springst du denn, Mann? Ich hab ihn einmal besiegt! Sehr interessant! Kommen Sie her, kommen Sie her! 24 Stunden lang auf die Fresse kriegen vom Beißen! Das ist ja nichts Neues! Und das ist doch kostenlos! Wir werden sowieso verkacken jetzt wieder! Bam! Er ist ein Kick kassiert! Ja? Ja, er springt hoch und... Mann, das ist doch nicht dein Ernst, Alter! Ey, kannst du nicht irgendwie ausweichen, Mann? Musst du unbedingt ständig behindert sein? Benommen Sternchen um den Kopf kreiseln? Ich bin schon da zum Übersinnigsten! Ey, nix! Hol den Sohn, treff ihn doch mal, Mann! Kann doch nicht schwer sein! Mann! Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Wär auch zu schön um das sein, überhaupt mal zu gewinnen hier! Mann, ich krieg die Kacke hier! Ich hab die Fresse dick, Mann! Ich hab die Schnauze voll! Mann! Wer denkt sich so'n bekloppten Spieler aus, Alter! Das ist den ganzen Tag nur vorne so'n Klotz und programmieren unfälle Scheiße, um die scheißen Menschheit zu quälen! Fixer. Ja, ich weiß. Prozent genau genau so wie die Dänen immer schon Genick brechen lassen vor diesem Hurenbock 50. Kampfen fünftigen Kampfen insgesamt jetzt gemacht Prozent 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 Nr Kanschan komm schon mal der Köln beschweren doch der Klammern kommt nur in die Fresse älter Nadenbruch der Heidelberg der Schöning und Unterhälter und betrunken für die Verbreitung durch die Schicht nach und wie eine kleine männliche Hure ja genau und werfen ja 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 nein 9 nein mann ich hab nur beinahe ich bin und ich bin die die Städte die Sprünge nur in Sonnen Prozent Ja, genau, ich bin vorher immer schockt, die Füße kriegen lassen. Mann, wenn es immer so einfach wäre hier jetzt. Na, ständig so wäre. Na, habe ich gesagt, ja, das ist okay, aber eher, das ist ja ständig, das ist ja dauerhaft abkratzen, ständig spielen, neu lernen. Verpiss dich, äh. Ja, genau. Wollen so ein verpiss dich, äh. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, Mann. Besiegt. Wollen so ein. Na, endlich, Mann. Oh, wie ich diesen Bastard hasse endlich, älter. Da, ich hab verpiss dich bloß auf meinen Augen, älter. Ich kann endlich nach Hause gehen. Es ist so lange. Ja, oh, mein Gott, ich hab dich verpiss. Jetzt, so. Free ist Leder, drei Jahre später. Dad, what's that picture? That's your dad in this past life. Das ist ein Huren-Sohnes-Sitte, der da hinten ist. Das ist nur so eine Wichs-Familie. Kranke Sache, älter. Thanks for playing. Presented by Capcom. Jut. Ich mach jetzt mal Pause. Bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt mal Ruhe runterkommen. Von den 2.07-Grennion. Schkraa. Bis zum nächsten Mal.